Nee, brauchst du nicht. Brauchst dir keine Waffen kaufen. Verteidigung 11. Meins hat nur 6. Na egal. Ich darf die Kuh nicht angreifen. Nee, darfst du nicht. Nicht hier, sagt die Olle. So, Abfahrt, weiter geht's. Abfahrt, weiter geht's. Mann, ist das Spiel... Toll. Spannend? Ja. Absolut. So, hallo? Ah! 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 Dad! Ah! 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 jetzt hast du sogar gelbe lederhandschuhe habe ich gesehen wenn das nicht cool ist das cool ja das richtig cool echt jetzt ja es ist da bischof doch nicht naja mit dem ding jetzt habe ich richtig geile ich will die rüstung ne für dich nicht hier wollte ich weiß gar nicht gut doch weiß ich nicht vielleicht ist sie besser als deine das thema besser schmeiß die scheiße weg hier ich habe einen coolen starte ich muss erst mal gucken 1 bis 5 kurzstab guter kurzstab ich habe einen cooleren stab ist muss ich gucken wo du bist warte mal kannst du mit dem cooleren stab auch noch dann feuer blitz machen was sehe ich gleich warum nicht weil das der weil der zauber auf seiner waffe ist scheiße also feuer ist für den anfang stärker allerdings solltest du auf eis gehen eis richtig geil als zauberin wirklich so ja warte mal dann lass mich das noch mal anschauen fertigkeiten wie geht das überhaupt kälte zauber soll ich machen ja ja und dann soll ich ja kälte zauber für den anfang echte mühselig ist also nicht machen oder doch muss du ja also an den eisblitze ich machen ja machen das passt schon das kriegen wir hin noch einer auf eisblitz nein wie werde ich den jetzt aus da musst du und wieder klicken habe ich mal gucken was ich hier machen könnte ich kann natürlich knochen rüstung machen was ich eigentlich auch brauche knochen gefängnis doch eigentlich nicht wie viel muss ich denn auf einem dings haben damit ich den nächsten slot freischalte sozusagen immer nur einen den anderen kann ich jetzt aber nicht freischalten gerade weil du dann ja genau 6 brauchst so jetzt bin ich denn 4 ok ok und ist auch sehr cool also ich kann nicht noch mal ein level noch mal auf eisblitz machen dass ich da ich den jetzt schon habe ich habe ich ihn auch genau okay was mit der eis rüstung brauchst du nicht okay ich könnte natürlich auch so ein affengeilen beschwörer ding ins machen dann laufe ich hier mit 20.000 skeletten um alter da blitz fertig jetzt geiler gefunden und diese blitzdinger das wäre doch voll geil egal kolosslands kämpfen ich will meinen neuen zauber ausprobieren oh jetzt will der herr plötzlich ich kämpfe irgendwo weg ich mache das alleine hier aber was das denn egal sie ist tot ich habe sie eingeäschert alter was hast du denn hier mein geholz so weiter geht's aber der macht wie weniger schaden dieser blitz sag ich ja die fresse schnuppe gas bösewicht oh hier geht's weiter und das ist das feld der steine ja dann heul doch nicht rum hau doch ihm auf auf die fress wenn du keinen mann hast so es geht doch klar müssen wieder zurück mein stöckchen ist kaputt so ne scheiße wie die waffen gehen kaputt ja mein stöckchen so jetzt ist ja auch noch ein champion ich bin tot warum sterbe ich denn ja weil du nicht auf dein leben geachtet hast hier ist ein portal komm wieder her boah alter ich komme nur zur kalten ebene ne ich hab die im portal gemacht ich komme trotzdem nur zur kalten ebene ich komme nicht zum feld der steine hallo schön euch zu sehen ich habe nur zwei ziele kalte ebene und lager nein du sollst jetzt vom wegpunkt jetzt wieder zum lager kommen da wo ich gerade gestorben bin meinstern nein zum lager kommen ach so ich bin beim lager jetzt folge mir das bist du da warte mal ich muss ja meine waffe ist irgendwie weg ja die liegt da noch ach so hier und jetzt durchs portal los aufpassen lauf dann vorbei lauf dann vorbei auf der karte stehst du irgendwo 1 f1 ich kann nichts machen hier boah jetzt stellen wir gleich noch hier wird ja gar nicht nicht genug ja aber meine waffen liegen hier nicht doch du hast sie wieder ach jetzt so wo bist du denn jetzt boah ich geh kaputt ey die sterben nicht alter ist das eine scheiße stirb doch mal verpiss dich du wichser wichserin ist ne frau ich könnte kotzen stirb die rennt da einfach nur rum das ist irgendwie alter ich bin gleich wieder tot warum stirbt das Vieh denn nicht oh oh das muss jetzt nicht sein ey was ist doch ein Witz ja ich weiß ich bin schon wieder halbtot hier komm ich hab keinen bock wir hauen ab war sowieso der falsche weg keine angst da haufe ich später noch auf die Fresser das war kurz stehen bleiben das war echt das war doch das war doch richtig kacke ja die waren halt noch ein bisschen stark ne das kommt alles noch warte mal ich hab hier irgendwas was ist denn das ne Adlerkugel was will ich mit ne Adlerkugel oh ne Adlerkugel ist gut da sind meistens Zauber drauf liest du die mal durch 1 plus 1 zu Combo Blitz nur Zauberin ja und die Combo Blitz ist dein Blitzzauber den du unbedingt wolltest den hab ich aber nicht weil du ihn erstmal du musst erstmal die Waffe anlegen ja aber ich hab den den Blitzzauber gar nicht freigeschaltet den brauchst du ja auch nicht weil der Blitzzauber ist ja auf der Waffe also jetzt kannst du den deinem Zaubermenü auswählen warte Zaubermenü Combo Blitz mach jetzt auf F3 ja mach ruhig aha sucht er sich alleine die Gegner ne ist random wie ist random naja die 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 geht irgendwo hin die fliegen einfach hier ist der Bischof so bist du bei dir alles okay? naja naja ist so ne Kappe wo ist denn die scheiß Kappe? wird die jetzt aufgezogen? keine Ahnung weiß ich nicht Zepter das ist aber eher was für ein Paladin so einmal kurz rumgucken und gucken und gucken alles cool so ich hab hier einen großen Zauber der hat 10% extra Gold vor Monstern ich habe hier ein 2 zu maximalen Schaden das ist völlig egal und ich habe hier noch das und einen Ring hab ich auch noch aber wir können es nur sehen einen zu maximalen Schaden boah hab ich ne hässliche Kappe auf dem Kopf das macht ja nix so weiter ja weiter lange nicht fertig boah geil ein Schrein der Smaragda aber hab ich gefunden hier aha hat nochmal ein Smaragd mehr gebracht was ist ein Smaragd? äh Edelsteine und jeder Edelstein hat auf ähm einen bestimmten Rüstungsteil einen bestimmten Effekt zum Beispiel Smaragda also die Grünen die machen äh Blitzschaden oder Blitzverteidigung entweder auf Waffe oder auf Rüstung dafür ich hab ja eben gerade gesagt es gibt ja gesockelte Gegenstände ich hatte eben gerade mein gesockeltes Schwert was ist was bei solchen Monster äh äh Massen immer ganz geil ist ist ne Amazone mit dem Mehrfachschuss da haust du einfach mal 20 Pfeilen mit einem Schuss raus was haben wir hier noch schön aus dem Haus drin ach so ne riesige Bestie ok boah ey wollen wir nicht einfach nur aus dem Spiel nur ein kleines Letztest machen und gleich vorbeifürfen letztest von einem über 20 Jahre altes Spiel ja hab ich mal angetestet wir haben wir kannst ja wohl doch einen scheiß Halt tragen du dumme alte olle walter Nö nein ich trage erst 303 Tränke einen schaffe ich nicht mehr der ist jetzt zu schwer das sie doch so die 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 ich hab sie alle getötet das ist gut so jetzt noch mehr ist einer weg keine Ahnung der ist der weiß plötzlich weg Was machst du da? Was hast du eigentlich auf dem Kopf? So. Ähm, Erfahrungsbonus. Jetzt muss ich erstmal gucken, auf was mache ich denn jetzt hier meine nächsten Levelpunkte? Zu viele leere Gräber. Zu viele leere Gräber. Mache ich Energie wieder hier. Bada babam. So. Bada babam. Bada 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 Friedhof. Hier ist Schwarze Borgioberg. Ja, das weiß ich, weil ich so eine hässliche Kappe auf dem Kopf habe. Ja, hier sind... Ich renne zwar vorher durch den Wald, alles voller irgendwelcher hässlichen Teufeldämonen, aber hier auf dem Friedhof, hier ist Schwarze Magie am Werbe. Ja, von hier geht das aus. Ja, das kommt alles von hier. Ja. Zombies können wir immer von Friedhof. Ah, komm, du sterb. Da ist du Grabe. Hier, du musst dich auf den roten Bogenschütze konzentrieren. Komm her. Den da. Der ist es. Wo ist er denn, Larsa? Hallo, bleibst du hier? Dir rennt immer weg, die Fotze. Entschuldigung. Gewaltausdrücke. Ja, es regt mich auf. Stirb. Die nimmt doch gar kein Schaden hier. Doch, klar. Ist halt ein Bossgegner. Ja, dann gib dir doch mal. Ich treff sie gar nicht. Treff ich sie überhaupt? Ja, das muss ich. John Stumpf ist auf die Fresse. Ich muss erst mal hier. Ich brauche mir mehr Tränke. Ich brauche mir, ich muss mir erst mal weg hier. Na, geh. Ich brauche erst mal mehr Tränke hier. Also, du bist die ganze Zeit angegriffen von 20.000 Zombies. Geh weg da. Ich werde überhaupt nicht angegriffen. Doch. Was soll denn das? Hä, wo? Hä? Jetzt bist du weg. Ja, ich bin weggelaufen. Für Barbecue. So, jetzt komme ich wieder. So, jetzt geht das weiter. Ich habe den Blutraube gleich. Ja, komme ich für auch noch mal drauf vor.